Hallo zusammen in der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unseren neuen Camo Backpack vorstellen. Wie ihr sehen könnt, wenn der Rote dran ist, natürlich nicht im Lieferumfang enthalten ist. Das Praktische ist jedoch, wenn ihr mit dem Fahrrad zum Angeln geht, wenn ihr eine Strecke machen wollt, wenn ihr noch andere Sachen dabei habt, habt ihr einfach die Hände frei, wenn ihr eine Spinnrote dabei habt, ihr könnt sie hier seitlich befestigen mit dem Clip hier unten sowie mit einem zusätzlichen Clip hier oben. Wenn ihr den Rucksack aufsetzt, habt ihr eure Rote dabei und einfach die Hände frei, ihr könnt Fahrrad fahren oder was auch immer ihr macht, wie ihr ans Wasser kommt. Zum Rucksack selbst, Rote öffnen, aus dem Clip hier unten entfernen und die Rote zur Seite legen. So nun zum Rucksack, er verfügt über eine große Fronttasche, welche nochmals zweimal untergeteilt ist, wo ihr eure Tänkelboxen reinbekommen, das Ganze mit dem Ziel, das ihr während dem Annetrip braucht. An der Seite habt ihr noch mal eine große Tasche mit Gummezug zum Verschließen, beispielsweise als Getränketasche, sowie auf der anderen Seite noch Clips, beziehungsweise hier eine Tasche für eine Zange beispielsweise. Auf der Rückseite habt ihr noch mal für eure Dokumente zum sicher aufgewahren. Eine Tasche an der Innenseite, kann euch ja niemand ausklaren, da die Tasche ja direkt mit dem Netz am Rücken anlegt. Zusätzlich hier unten noch weitere Clips verbaut, sowie ein großer Clip hier, an WM ihr beispielsweise die Abhackmatte befestigen könnt. Einfach die Abhackmatte hier in den Clip rein befestigen und ihr habt beim Angeltrip auch eure stylisch passend zusammen Abhackmatte zum Raubfischangeln dabei. Des Weiteren lassen sich die Tragegurte vom Rucksack noch mit Reißverschluss verschließen. Ihr könnt die Tragegurte einzeln wieder entfernen, beziehungsweise beide auf eine Seite Clipsen beispielsweise und dann könnt ihr die Tasche auch als Schultertasche tragen. Erhältlich sind die neuen Karma-Produkte, sowie hier jetzt der neue Karma-Rucksack bei eurem Tänkel-Dealer. Wir wünschen euch viel Spaß am Wasser, viel Erfolg, dicke Fische und Petri-Hall. Bis zum nächsten Mal.